Hey Leute, wir sind wieder in einer Testrunde. Heute möchte ich die Kombination Janna mit Presence of Mind testen. Presence of Mind habe ich euch die Tage schon mal auf Brand gezeigt, wo es ja eher nicht so gut lief, sage ich jetzt mal ganz so salopp. Und heute sind wir, ja, auf einer Janna unterwegs, das heißt auf einem Heal-Schild-Supporter. Der Hintergrund hierbei ist, dass wir doch relativ häufig mal an bestimmten Punkten einen Assist bekommen können, einfach nur durch Schilden und dann nicht unter Umständen nur von dem Cooldown-Refund profitieren können, sondern hauptsächlich davon, dass wir maximales Mana wieder zurückkriegen. Das heißt, wir können durch die Gegend schweben und wir können dann auch wesentlich länger und häufiger uns noch an den Kämpfen beteiligen durch den Mana-Refund. Das ist eigentlich der Punkt, den ich heute hier testen möchte. Dazu bin ich dann auf Coup de Grasse gegangen. Ja, ich meine, ich gehe auf drei Punkte weh in der Laning-Phase. Das kann schon weh tun. Als hier Runen-Stats, als Runen-Shards habe ich zweimal AP genommen und einmal Rüstung. Rüstung ist vielleicht jetzt im Nachhinein gar nicht mal so gut die Idee gewesen, wenn ich mir hier so Kaiser, Zoe etc. angucke. Aber ist dir egal, ne? Wir sind ja hier nur zum Testen. Und das heißt, Present of Mind hier testen. Im Prinzip, in der Laning-Phase wird es uns so gut wie gar nichts bringen. Im weiteren Verlauf wird es dann, ich weiß nicht, wird es uns schon etwas bringen können. Wir gehen lieber den sicheren Weg. Ne Zoe, hier habe ich keinen Bock drauf, eine Bubble ins Gesicht zu bekommen. Auch beim Hoken muss ich gucken, dass ich da den richtigen kriege. Sie hat Doran-Shield. Das heißt eigentlich, dass ich da auf die Zoe gehen möchte. Wir haben Scorch dabei, wir haben Arry dabei. Wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet, um die Gegner zu nerven. Autsch, ja. Auto-Attack möchte ich noch dazusetzen, damit ich das Gold bekomme. Nicht unbedingt die klügste Idee, weil ich doch selbst auch einiges an Schaden dabei bekomme. Aber so ill ist es da halt normal. Da kann man jetzt die Easy-Poken, das ist schön. Hier noch ein-, zweimal rangehen. Und dann nehme ich erstmal noch das Schild. Das Wirbel, der wäre eigentlich die offensive Variante. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir da wirklich viel machen können. Deswegen hier lieber schilden. Damit ich den Zoe-Schaden so ein klein bisschen abfangen kann. Da kann ich nochmal schön poken, das war gut. Das Problem ist halt einfach, dass das Schild immer noch einen immens hohen Cooldown hat. Und wir da eher Probleme haben, dagegen arbeiten zu können. Ja, das hast du dir so gete... Ach Gott, du bist ja... Das ist halt... Das ist halt einfach nur noch super-set. Ja, lauf noch einen Schritt rein. Ist eine gute Idee. Naja, immerhin hier noch den Flash rausgekriegt. Ach Gott, Xayah, ich möchte hier was testen und nicht inten. Cannon nehmen wir mit. Ist gut. So weit, so gut jedenfalls. Und jetzt halte ich mich hier eher defensiv. Was will ich denn groß machen? Kriege ich die? Ja, kriege ich. Dann hier 1, 2. Da 1, 2. Gönn dir noch einen Auto-Attack vom Turm. Habe ich nichts dagegen. Habe ich absolut nichts dagegen. Kriegst du hier nochmal einen Poke ab? Und es geht langsam das Mana aus. Und jetzt wäre es halt schön, wenn man da irgendwo einen Assist hätte. Na, ich weiß nicht, ob ich die Kaiser da treffen könnte. Nee, die ist schon weg. Die ist schon weg. Die lässt sich nicht darauf ein, dass sie irgendwo da im Busch durch die Gegend derbt und dann sich von dem Wirbel hochwerfen lässt. Das ist doof. Ist die Frage, wo ist sie jetzt? Ach ja, Redemption. Ach ja, stimmt ja. Ihr habt ja Sustained. Durch etwas, was euch überhaupt nicht gehören sollte. Tschöck. Wieder gepokt. Mit Minion ist Agro auf uns. Kragas, hättest du Bock mal hier runter zu kommen? Da hätte ich auf jeden Fall Einsatzmöglichkeiten für dich. Na? Nein? Okay. Ich habe nur gefragt. Da auch wieder hier eine Bubble möglich. Also hier ist es so, so, ne? Für ihre W-Fähigkeit, ein Item oder sowas. Wir lenken den Gegner. Wir machen alles, um ihn zu töten. Wunderbar. 134 Mana kriegen wir da wieder. Wir müssen noch schauen, dass die Wave auch reingeht. Ach, dann tut wieder keiner drauf. Und wir resetten das Ganze erstmal kurz. Ich habe die Möglichkeit, hier auf den Frostfang zu gehen. Wir können da, da mitnehmen. Und dann gehen wir wieder los. Manche einer fragt sich, warum nimmst du keine Schuhe mit? Tja, weil Sustain einfach super wichtig geworden ist. Durch die lange Laning-Phase. Und da hilft dir die Refillable Potion jetzt auch wieder ganz gut. 6 Schaden durch Coup de Gras. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die 134 Mana sind jetzt nicht gerade bedeutend gewesen in der Sekunde. Aber wir hätten dann auf jeden Fall nochmal ein klein bisschen irgendwas machen können, wenn die Situation besser gestanden hätte. Also da bin ich eigentlich zufrieden. Das Problem, das ich hierbei gerade habe, ist, dass ich Runen mithabe, die in beider Arten, also Manaflow Band und das Presence of Mind Rune, dass die beide ein bisschen drauf achten, dass man Mana-Probleme vermeidet. Manaflow Band sowieso ist ja der Standard. Du hast maximales Mana. Du hast die Möglichkeit, wenn das vollgestackt ist, dass dich dieses Mana auch wieder regeneriert, etc. Ja. Ignite. Langsam sollten sie mich respektieren. Meine W macht halt jetzt mit Stufe 3 doch einiges an Schaden. Was nicht zu verachten ist. Ja, da war mein Schild ein bisschen spät. Aber der Poke, der war auf jeden Fall doch da. Sie möchte das Ganze vorne abfangen. Wenn sie meint. Ignite haben wir erst in anderthalb Minuten wieder. Das ist nicht so gut. Die Bubble ist schon mal weg. Da ist ein Ward. Meine Hoffnung, die ich so ein klein bisschen aus diesem Gameplay ziehe, ist, dass man mit der Kombination von Presence of Mind auf einem Heal- oder Schild-Supporter diese Fähigkeit oder die Ultimate, darum geht es ja im Endeffekt, dann auch wesentlich besser und häufiger nutzen kann. Die Frage ist, ob das dann auch möglich ist. Bei einer Lulu kann ich mir noch vorstellen, dass das dann ganz gut wirkt. Aber ich kriege übrigens gerade keinen Poke mehr hin, ne? Aber bei einer Janna habe ich halt einfach genommen, weil es mir am besten liegt. Das kann man traden. Aber er hat schon Level 6. Das heißt, Schild hier ran. Ja, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Ich war greedy. Ich wusste, dass ich dadurch Level 6 kriege. Aber ich hatte gehofft, dass ich mich schneller wieder hochheile. War leider nicht so der Fall. Ähm, Boots of Speed. Buch. Und Robot. Ardent Sensor first. Oh, ich sehe da ein Wort. Den möchte ich mal mitnehmen. Natürlich dann hier auch kein Refund. 305 Mana. Das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Dadurch, dass ich jetzt hier vorgeflasht bin. Und den Kill mir holen konnte. War ich mir sicher, dass ich das Mana dann auch hinterher habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier am Ende des Tages eine gute, eine schlechte Sache ist. Oder wie auch immer. So. Und da flasht er. Er hat ja keine Sicht hier drauf. Der Ward war disabled. Zoe. Da. Die Xayah, die sieht das nicht. Die sieht das nicht. Der Lucian sieht das wohl auch nicht. Doch, er sieht es. Ach, das ist nicht dein Ernst. Hat die schon wieder in Ignite ready? Natürlich. Vorhin hat sie meins genommen. Hat das einfach so auf die Xayah geklatscht. Und jetzt hat sie ihr eigenes wieder. Nervige Troller. 1 zu 1 getradet. Sie ist schneller wieder da, weil sie noch Level 5 ist. Ja. Hm. Aber ich bin eigentlich wieder schneller auf der Lane. Ich habe Schuhe. Ich habe meine Passive. Ich habe Everwisp jetzt. 14 Sekunden Cooldown ging jetzt runter von der Ultimate. 14 Sekunden sind eigentlich gar nicht mehr so wenig. Es ist ein gerundeter Wert, wie wir hier sehen. Aber 14 Sekunden. Ich weiß nicht. Wir werden es wahrscheinlich nicht brauchen. Wir können jetzt gleich auf die Uhr schauen und sagen, okay, ab jetzt 14 Sekunden. Ab jetzt. Und wenn wir jetzt die Ultimate brauchen, dann passt es. Dann hat es tatsächlich was gebracht. Wow. Also, ich meine, es ist auf jeden Fall ein Sicherheitsfaktor gerade für den Kragas. Okay. Es hat was gebracht, ja. Das ist das Krasse an dem Moment. Das ist das Krasse an diesem Moment. Es hat wirklich was gebracht. Ja. Hier haben wir jetzt halt weiterhin beide Klone. Oder weiterhin. Was rede ich denn? Neuerdings haben beide Klone jetzt die Debuffs drauf. Ihr habt das gerade beim Ignite gesehen. Ein Sharko kann euch jetzt also wieder ziemlich smart outplayen, wenn er es drauf hat. So. Da dieses. Hier dieses. Ein Wirbel durch die Minions, damit die uns nicht so nerven. Hier nehmen wir auf jeden Fall zwei Platten mindestens mit. Vielleicht sogar noch eine dritte. Hier kommt nämlich gerade noch eine Wave. Ah, Zoe könnte nerven. Ah, Frau, Frau, Frau. Ich habe eigentlich schon noch Bock auf die. Tschüss. Oh, hier, hier, hier. War greedy hat aber funktioniert. Na, war greedy hat aber funktioniert. Es ist kein Misplay, wenn man es überlebt. Was nehmen wir hier mit? Ionische. Sonst können wir da gerade gar nicht so viel machen. Ich könnte natürlich gerade in die Corrupting Potion investieren können, aber ich glaube nicht, dass das wirklich sinnvoll ist an dem Punkt. Hier wird natürlich jetzt auch. Die haben genauso viele Platten dann runter. Leider. Die nächste schaffen sie nicht mehr. Da ist der Turm jetzt wirklich zu tanky. 180 Uhr stunk. Das geht nicht. Das schaffen sie nicht. Jetzt investiere ich danach meine Punkte von Level-Ups in die E. Und da drüben mal einen Chaco gesehen. 130 hat er jetzt hier. Ah. Das ist eine schöne Idee. Ja, okay. Nevermind. Ultimate haben wir aber. Ne, 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 du. Und da kriegen wir auch nochmal einen Assist. Tja, bisher gefällt es mir doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Pro Minions. Pro Minions, Pro Minions. Da auch nochmal eine Box. Chaco war aktiv. Weitere Punkte auf der Schild. Ich hoffe, dass irgendwie die Leute Schild Bash dabei haben. Naja, vielleicht allerhöchstens hier der Darius. Gut. Ich überlasse dir das Gold. Soweit möglich. Da haben wir noch einen Ward. Ich muss sagen, bisher fühlt sich das schon ganz gut an, was wir hier von Presence of Mind bekommen. Einmal konnten wir es tatsächlich gut heransetzen. Beim nächsten Mal bin ich mir halt noch nicht so sicher. Ah, das hat er. Gut. Oh, Schaco, 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 Schaco. Du bist halt da einfach auch ein bisschen out of position, wenn wir bedenken, dass ein Schaco direkt hinter uns ist. Oh, kritisch, kritisch. Evo Wisp ist, äh, Dingsbums, Ardent ist fertig. Cool. Dann geht es für mich weiter. Wieder Mana-Rack mit einpacken. Wir könnten der Riven da oben helfen. Ich denke mal, wir werden uns aber jetzt eher so auf den Top-River fokussieren. Oh, das ist so verwirrend. Lucian geht runter, Xayah Mitte. Denkst du dir, Moment, wer ist jetzt hier der ADC von euch gewesen? Okay. Dann gehen wir halt zu Xayah. Das passt ja eigentlich ganz gut. Hier einen Ward. Hier checken. Das hier entfernen. Da einen hinpacken. Und jetzt noch hier komplett tot die rein. Bitte bleibt noch ein Ticken drinnen, meine Kleine. Das war schön. Riven, meine Kleine. Mach keinen Mist. Gut. Die können jetzt pushen. Kragas, ich bin bei dir. Keine Sorge. Keine Sorge. Autsch. Habe ich nicht richtig aufgepasst. Bisher finde ich es echt gut. Also Presence of Mind fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Wir haben bisher nur 103 Bonusschaden durch die Kugte Gras angerichtet. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt unsere Rune. Es ist eher so ein bisschen ein Kompromiss gewesen, dass wir die mitnehmen. Weil, was willst du halt sonst mitnehmen? Ja, gut. Dann nehme ich das halt mit. Du kannst da pingen, was du willst. Wir lassen das nicht da liegen. Wenn er jetzt möchte, dann kann er vorflashen und das Ganze denyen. Aber ansonsten nehmen wir jetzt hier den Turm. Ob er nun will oder nicht. Es bringt überhaupt nichts. Oder es bringt, sagen wir mal, wenig. Nicht überhaupt nichts. Aber es bringt wirklich wenig, wenn man sagt, hey, wir heben uns das Zeug da die ganze Zeit auf. Ich ulte jetzt einfach mal. Wir haben da drüben noch einen Shaco gesehen. War also nicht unbedingt schlecht, da zu ulten. Einfach nur für den Sustain. Hier gehen wir auch durch. Da unten ist der Shaco jetzt. Da ist kein Ward. Aber wir gehen da mal weiter runter. Ich weiß nicht, ob ich dem Lucian da überhaupt noch helfen kann. Das war der Falsche. Ja, wo geht der hin? Nach oben. Ja. Mir egal. Ignalten wir den. Weg ist weg. Wir haben schon wieder super viel Kohle. Oh, jeder. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Hab ich gesagt. Es reicht halt leider. Ich habe ihn davor nicht mehr attacken können, weil ich das nicht richtig gesehen habe, dass ich überhaupt hier so hardcore gechased werde. Und wäre ich in der Lage gewesen, diesen Malsa erst noch zu autoattacken? Den Wirbel habe ich gesetzt. Der Reflexwirbel war da. Aber ich konnte hier halt nichts mehr dagegen tun. Transcendence habe ich dabei. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann haben wir da nochmal einen schönen Boost an AP auf unsere Transcendence-Rune. 20, um genau zu sein. Du. Eigentlich bräuchte ich Redemption nicht. Aber ich nehme es mit, um ein klein bisschen Zoe-Redemptions zu counten, wenn die welche findet. Natürlich, wenn ich meins nutze, dann kann sie auch meins nutzen. Das ist natürlich doof. Aber sei es drum. Und ich muss gerade feststellen, wenn ich jetzt das gerade in den Vergleich zu dem Rakan-Test setze mit Shield Bash, wo ich praktisch rangegangen bin und gesagt habe, ich... Bitteschön. Wo ich rangegangen bin, das in... Ja, da brauchen wir noch einen Auto-Attack. Da kriegen wir das zumindest. Shield Bash hat nicht so viel gebracht. Ich glaube, wir sind am Ende, wenn es hochkommt, auf 150 Leben gekommen. Ich habe... Shield zuerst. Dann diesen hier. Wunderbar. Na, ich überlebe das mit ganz knapp. Ich könnte jetzt sagen, ich hatte kein Schild mehr. Es tut mir leid, aber ich hatte wieder ein Schild. Ich hätte ihn retten können. Eigentlich. Eigentlich. Ne, Shield Bash hat ja absolut gar nichts gebracht. Auf dem Rakan. Und wenn ich jetzt hier gucke, ich habe Cup of Grass dabei, was auch keine gute Rune ist im Groben und Ganzen. Aber es bringt wesentlich mehr als Shield Bash auf Rakan. Wo man ja eigentlich denkt, ja, von der Theorie her eine coole Idee. Witzig irgendwo. Ja, irgendwie witzig. Da noch ein Wort. Hier runterlatschen. Da noch ein Wort. Gegner geben jetzt schon auf. Ich konnte es einmal testen. Ich fand es angenehm. Eigentlich. Test the presence of mind doch selber mal und berichtet von anderen Erfahrungen. Ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter probieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.